So, servus Leute. Jetzt einmal das PyroTrade Radiumraketenset. Es sind ein Haufen drin. Es sind auch für Deutschland, dass alle unter 20 Gramm sind. Ich werde jetzt mal die ganzen Kappen machen und dann sehen wir uns bei der Zündung. Na, joh. Ich muss schon sagen, da habe ich mir eigentlich mehr erwartet von denen. Seien gar nicht einmal so gut. Also ja, das war es jetzt schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal und servus.